Denn jetzt geht es richtig los. Wir fangen an, finanziell zu... Ne, das war schon gut. So, Eka, pass auf. Also jetzt reise ich mich zusammen. Und das ist jetzt hier, das ist der neue Standard. Nicht an seiner Relevanz verlieren. Nicht an seiner Relevanz verlieren. Wir müssen ja jetzt auch erstmal rausschwimmen, wie wir das jetzt überhaupt machen sollen. Das ist jetzt der, das ist der, der jetzt wirklich... Dann ist ja mein Plan auch, Autos studieren zu tun. Meine Gewohnung ist so teuer, dass ich dein ganzes Geld, dass ich die ganze Zeit Geld verdienen muss. Angenehme fünf Jahre lang. Denn rechnen wir das noch zusammen. Damit sie nicht direkt nach ihrem Auszug, Einzug... Auszug. Und vor allem, ich hätte auch Auszug lassen, das wäre ja auch noch gegangen. Ich weiß auch nicht mehr. So, pass auf, also wir machen jetzt noch einen und wenn der nicht klappt, dann... Jetzt, das wird es jetzt. Ich bin, ich war noch nie so optimistisch. Dann, an das Thema, an das Vorhaben. Kreis, Mann. Ich mein, so, 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 also ich mein, das ist jetzt... Jetzt müssen wir natürlich nachher mal gucken, wie das aussieht. Ich würde sagen, machen wir ganz klassisch drei Stück, die klappen. Und dann gucken wir uns mal... Und dann gucken wir uns mal... Ich bin, ja, genau.